Musik Die Bronzemedaille bei der Mannschafts-WM gewonnen hat In Schweden Top 5 auf der ITTF-Weltrangliste zu kommen Seilverdeckt Und jetzt viel zu Sehr viel Druck Aber konzentrieren wir uns jetzt in der spannenden Phase Neun beide jetzt Dicke Chance Satzball Überrascht Satzball für den Schweden Und dann geht der Satz auch mit 12 zu 10 An Matthias Falkert dem Ausforder Die kleine Chance sich gegeben hat Verwertet Kalt Schnell hintereinander Noch ein Blag Das ist natürlich nicht förderlich Für das Spiel Von Ewut Ostmoder Und einfach auch zu gut Um jetzt hier vielleicht noch gegen Ostmoder was anwenden zu lassen Aber schauen wir uns den dritten Satz an Für Ostmoder Schon ein echter Riese Für den Niederländer Schönes Rückhandtuell mit dem Bess In Arnhem sein Vorbild Trinko Keen Ehemaliger Spieler beim TTC Jülich Und niederländischer Nationalspieler Vielleicht schafft es Ostmoder In den vierten Satz Wir schauen was passiert Rückhand Aufschlag von Falk Vorbei 10 Wechselt ja der Aufschlag von Ball Von Punkt zu Punkt Deswegen jetzt Aufschlag von Matthias Falk Beim Matchball Mit viel Seitschnitt gespielt Und aus der Halbdistanz Durchgepeitscht Mit 3 zu 0 gewinnt Matthias Falk Gegen Evo